Hollywood-Star Brad Pitt kann offenbar aufatmen. Das Kinder- und Familienamt in Los Angeles soll laut einer nahestehenden Quelle seine Ermittlungen wegen des Vorwurfs der Kindesmisshandlung eingestellt haben. Pitt habe, so die Quelle weiter, in vollem Umfang mit der Behörde kooperiert, die keine Fehlhandlung von Seiten des 52-Jährigen feststellen konnte. Das ehemalige Traumpaar Hollywoods Angelina Jolie und Brad Pitt trennte sich laut Berichten nach einem Vorfall in einem Privatflugzeug, wo Pitt seine Beherrschung verloren habe und handgreiflich geworden sein soll. Jolie reichte im September die Scheidung wegen unüberbrückbarer Differenzen ein. Für die gemeinsamen Kinder soll sie das alleinige Sorgerecht beantragt haben. Die 41-Jährige sagte in einem Statement, die Entscheidung, die Ehe zu beenden, habe sie zum Wohle der Familie getroffen. Pitt soll jetzt nach der Einstellung der Ermittlungen auch das gemeinsame Sorgerecht vor Gericht gefordert haben. Brad Pitt und Angelina Jolie haben sechs gemeinsame Kinder, drei von ihnen sind adoptiert.